yo was geht ihr coolen ich hoffe bei euch ist alles klar bei mir auf jeden fall es gab gerade kleine technische schwierigkeiten hier und zwar bin ich mit marcus und leon gerade im discord und daher hört ihr ab und zu mal ein paar background geräusche weil ich nicht also ich bin der absolute noob im discord ich weiß nicht wie da irgendwie den also ich habe jetzt gerade so hinbekommen den channel zu wechseln aber ich weiß nicht wie ich die mute zum beispiel das war nicht ich das war wert gerülpst leon nein leon das nur dafür ein geiles aquarium im hintergrund holy moly das vom nachbarn ich habe hier die plexiglasscheibe und er drüben das aquarium geil du hast einfach die wand eingerissen nur eine scheibe reingebaut genau holy moly this is your very cool man so wir können ja schon mal in der zeit durch schon mal steam starten und among us öffnen okay fängt an in drei minuten nicht bescheiden jeder muten oder ja alle muten was muss ich mich jetzt muten oh scheiße ja muten so jungs ich hab das noch nie gespielt marco steht hier schon ganz komisch rum muss ich hier lang wo siegt ja meine karte was muss ich denn machen na mensch hat das einen spaß gemacht die runde so das und jetzt wo hat man hier nicht irgendwo eine karte ist die karte war karte was muss ich denn machen für aufgaben den yorks ist auch tot na schön holy shit gleich drei tote wo war die alle welche gleiche wurde gefunden warum denn auch drei tote die blau nach leon und christin draus ja moin ja ja also ich habe meine aufgabe gemacht ja ich war gerade in die leichte gefunden wer hat denn eine leiche gefunden der coole wo fan war bei dem müll hat er geschrieben oder sie ach so ihr schreibt hier muss stumm bleiben ja ich bleib stumm scheinbar ich weiß ja nicht wie ich die aufgaben mache ja aber das klingt keiner von euch irgendwie was gesehen oder dass er gewendet ist oder sowas nein ich nicht ich auch nicht haben die keinen mic oder was ja wir skippen erst mal auf chris und leon kann auch verzichten wie viele impostors gibt es denn dass drei leichten sind leon und chris auch nicht einmal gesehen also drei impuls oder so wo kann ich jetzt die aufgaben machen bisschen aufgaben wo ist denn hier eine aufgabe hier sind hier ist eine aufgabe oder was immer mit den ausrufezeichen ich habe es verstanden hat das ewig gedauert so warte nächste aufgabe was ist hier am nächsten hier die beiden die beiden aufgaben das heißt wir müssen boah ich habe gerade mal eine aufgabe geschafft ey ok also den habe ich gefunden englisch ist schon schwierig ich habe mit robbie diese leiche da gefunden ich war gerade rechts da bei dem keine ahnung wo man irgendwie schild macht und so ich weiß kann es als geist durch wände laufen also robbie ist es schon mal nicht und samina kann die auch ausschließen also wo waren jetzt auch alle ach marcus ist jetzt auch tot na mensch die runde hat ja richtig spaß gemacht warum schreiben hier leute rein kulewuh-fan hast du kein äh dings oder was kein mike ja aber da war keiner kann man mitmachen klar einfach auf den discord gehen ja das ist jetzt die frage kategorie ändern ja könnte ich auch noch machen ich weiß nur nicht wo skip ja aber dann gewinnen die safe ja stimmt wenn es jetzt noch zwei sind muss nur noch einer getwitzt werden wartet mal twitch ich ändere mal kurz die kategorie ich auch äh creator dashboard oder auch äh spiel mong fertig check ah ja so ich bin ja immer noch ein geist so wir wollen jetzt hier hin let's go so wenn er durch wände laufen hallo wie mache ich das denn warum sind hier alle oben die zwei oben die zwei wo ist die nächste aufgabe wo ist die nächste aufgabe haha hö kule wu fan ist auch ein geist der hat mich doch getötet oder gg kule wu fan der hat mich getötet und robbie hat noch schön ab ey jungs geile runde mega nice vorbock gemacht vorbock gemacht korrekt auf jeden fall das war ja richtig geil ich habe drei sekunden gelebt ja und ich habe zwei aufgaben geschafft zu lösen in der zeit ne ne 3 waren es können wir loslegen ne wenn wir 10 sind achso 8 von 10 also ich werde jetzt versuchen regelmäßiger zu streamen und ein bisschen flüssiger in dem ganzen game zu werden dass ich da so ein bisschen mehr ja versprich nichts was du nicht halten kannst lass doch einfach alle zu dritt rumlaufen dann können wir nachher auf jeden fall sagen wer der täter war also der eine überlebende doch ich will das versprechen die bringe schmecken schon so pappig ich krieg das hin schmecken nicht mehr geil ich laufe jetzt mit chris rum dann können wir auf jeden fall einer von beiden sagen wer der täter war das ist aber glaube ich eigentlich nicht so cool aber vielleicht bist du imposter doch doch so machen es viele ja das ist aber ehrenlos wenn du sagst ich laufe jetzt mit dem und dem rum und wenn ich sterbe dann ist es der dann ist das game hat instant vorbei geführt ja genau dann muss ja andere einfach schlauer dann bockt doch nicht man muss ja auch seine aufgabe machen seht ihr alle laut bin ich gerade das einzigste mädchen hier gerade das einzige das heißt einzige das einzige dann eben seid so ein feilmann kurz aus dem lebendgebiet ganz kurz an christ entweder bist du ein mädchen oder ein kleiner junger das ist so laut gerade macht euch mal selber leiser damit ich es nicht machen muss ja stummschalten Ups Oh Jungs jetzt müsste er mir aber jetzt müsste er mir aber helfen wie ich hier vor allem mit diesem fetten Hut auf jetzt müsste er mir helfen wie ich äh aufgaben löse kann ich hier nicht rein wie wie töte ich Leute wie töte ich sie aufgaben doch dein feind doch näher vergesst es einfach doch verzeihen ist schwerer bleibt wie du willst auch wenn sie sagen dass du nix bist mach es für dich unten rechts unten rechts ist der fillbutton ach oh ich weiß nicht wo ich lang muss wie töte ich die hier ist Leon auf Twitch Leon der Cutter da wo Kill steht hier oder was du stehst sie wieder auf dann lass sie gehen das ist dein Traum du wirst ihnen leben und beweis diesen Leuten die niemals an dich geglaubt haben das was sie haben kannst du auch haben denn wenn sie meinen du hast hier nichts verloren dann zeig es ihnen ich benehm mich glaube richtig auffällig ich hab den Kopf und blick einfach nach vorne und jetzt versuch's ich sag versuch's alles wird gut wo bist du unten drücken sie dich noch ein stück tiefer noch ein stück tiefer noch ein stück tiefer noch ein stück tiefer scheiße ich weiß nicht wie man Leute tötet da war keiner mehr um dich du bist zu unten drücken sie dich noch noch ein stück tiefer noch ein stück tiefer noch ein stück steh auf mir zeig ihnen wer du bist denn lass uns weg da weint keiner mehr um dich wenn sie weint du stehst sie wieder auf wir müssen gehen junge zeig ihnen du wirst ihnen leben und beweis und ihnen niemals an dich geglaubt und das was sie haben kannst du auch wenn sie meinen du hast hier nichts verloren dann zeig es ihnen zeig es allen hat's nicht irgendwer gesehen einen wunderschönen guten tag ähm wenn man bei der Cafeteria bei der Cafeteria rechts wo man dieses ähm Spiel spielen kann mit dem ähm Asteroiden darf dieses Abschiedsspiel Chris wo warst du? ich war erst links unten hab dann rechts oben noch ne Task gemacht und bin dann unten in die Mitte gegangen haben wir drei Imposters oder warum sind drei Leute tot? wir haben eben zwei ne die haben ein Double Kill gemacht und einen noch du hast ne coolen Kill Markus ist auf jeden Fall weg in der Ablauf kannst du wo warst du Leon? ich hab äh oh man wer ist denn jetzt gelieft? ich hab äh Cafeteria die Blätter gemacht dann bin ich oh man ich kenn die Map halt nicht dann bin ich äh nach rechts gelaufen bei Weapons hab was gemacht und dann bin ich äh dieses Raumschiff gezogen glaub ich da dieses biep biep wo man so viermal das Raumschiff ziehen muss und dann bin ich runter gegangen okay äh ah geil jemand hat in der Discord die Map geballert äh wer hat denn die Navigation war ich Navigation nicht Weapons Navigation wer hat denn äh Oxygen Ohm gemacht was ist Oxygen? das ist der Alarm ich hab's nicht gemacht das frag ich mich auch ähm Lachs Deni was hast du gemacht? ne äh ich war mit K.U. 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 von Raktor bin ich hoch zu Korrektiere gelaufen bisschen bisschen ruhig ist der Boy Xenjux warum hast du nicht vorher was gesagt? wartest du bis wir gegenseitig uns killen? oder was? weil du der Imposter bist? ja wir haben äh aus der letzten Runde hoffentlich gelernt Freundschaft ne 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 du wirst ja alle Xenjux wählen okay vote und weißt du was mit Lachs? hat der schon was gesagt? ja was hat der gesagt? ja ich hab gefragt wer Oxygen gemacht hat also den Alarm hm aber es hat sich keiner gemeldet wo wurden die Leute gefunden? oder die Person ist schon tot ja wo wurde die Person gefunden? Weapons wurde doch gesagt Voting End also skippen wir das Vote? ja ja skippen oh die Cam ist schon ey die müssen halt nur ein Double Kill machen dann ist vorbei ja irgendwie haben wir die Einstellungen grad ein bisschen zu leicht sorry die Cam ist gerade aus ich weiß nicht wie da war ich muss gleich nochmal ähm switchen ja kein Plan möglich wieder ok weiter gehts ey gut über gut überstanden die Runde gut überstanden die Runde ich kann mich nicht bewegen jetzt ich versteh nicht warum ich hier nicht rein gekommen bin ich weiß nicht warum ich da nicht rein gekommen bin ich weiß nicht nur ist es Wie komm ich da rein? Ich chill erstmal noch, oh jetzt bin ich schon wieder hier. Was passiert? Wer war's? Warum haben wir gewonnen? Die Tars wurden gemacht. Ah fuck, okay. Wer war's? Na ich und Kudu. Ja ich wusste das Chris. Ich wusste es. Digga, ganz am Ende hat Chris da hinten in so ne Ecke gelauert und gewartet bis er mich killen kann. Digga, ich hab's genau gesehen. In dem Moment hab ich gesagt, du bist safe. Ich hab die ganze Zeit versucht in so ne Lüftungsschacht zu kommen. Ich wusste es. Ja, ich hab's gesehen. Hast du es geschafft am Ende? Ja, einem hat das. Ich wusste es, Digga. Ich hab nämlich gesagt, es muss safe Chris sein, weil der da grad so lauert in der Ecke. Dann wollte ich nämlich hingehen und gucken was du machst und du warst weg. Und ich hab gesagt, safe ist ja gewendet. Digga, ich bin Meister der Ecke. Boah, ich hab gar nicht drauf geachtet, dass irgendeine Zeit abläuft oder dass ihr die Task erfüllt. Sonst hätte ich dich schon viel schneller getötet. Wenn du so lost war, ich bin die ganze Zeit hinterhergelaufen. Okay komm, so langsam kommen wir eigentlich rein. Wir reden. Wir reden. Dann mayorer die Rescue zu v verbrieren. Wir reden. Das ist coal kat passovag. Ich hab diese wenigstene dort nicht gefangen. Somehow wascwärts mich. Die med Kool und bähden, würde ich gern? Dann Mack crossing вот das Video ankommen. Veg! accordハg. Und dann herhammer sie mitfüller complimentary. Bis zum nächsten Mal.